STORM Yo Leute was geht ab, ich bin der Kahnke Wilms und wir sind jetzt zurück zu der neuen Runde Moller Waffe 2 mit dem Wilms und kein Anderen Wie Wilms sag doch mal die Anmue von Tostny übernimmt, sehr gut Ich find das nicht gut, einfach Anmue geklaut Vorhin nur noch anzutüren, wie soll ich das schneiden Yo Leute was geht ab, unhissig kommt was Du musst das energischer sagen Ja Leute was geht ab So will ich das haben So will ich das haben So aber anders Genau so will ich das haben Hi Danny Mit deinem Zehn? Mit deinem Zehn Ach mit deinen Füßen echt Du willst mit deinen Füßen auf? Ja Der war lang die alte Hure Bist du tot? Bist du tot? In den Containern Ja ich bin tot Ja ich hab ihn gesehen Wo war er denn? Hier vor mir Hier vor mir Da wo ich tot Unten rein rannt Alter Alter Junge Ja ich Bei mir ist er auch unten rein rannt Aber er ist dann hoch und raus geschmackt Vor allem wie die ganze Zeit einfach nur bei der Schüssel rüberspringt Ja Ja Ein Thema Ballerina Oh die Web ist scheiße ey Die hat zu lange Distanzen Da muss eigentlich was dickes spielen Oh ist auch ein Scherz ey Wo denn? Bei den Containern Bei den Containern Bist ich verarschen will Nein so und Aber was denn? Denkst du nicht? LOL Äh Danny denkst du ich guck da nicht hin? Das war doch eindeutig dass du da kommst und Ramas unterstützen Ja das stimmt schon Ja das war jetzt nö Das war jetzt wohl nicht wirklich schwierig Ja Ne ich mach Ich will ja alle AUG Nur ich nicht Ich will die UMP Ja klasse Aber ich mag ihn mir auch nicht Also AUG ist mir zu langsam und UMP ist mir zu dumm Zu dumm Wie kann eine Waffe zu dumm sein? Oh ey Wieder Container Mindestens einer Sandy war auf jeden Fall da Ne jetzt war Tobi Ja das ist definitiv Ja jetzt bin ich gestorben Absolut richtig Von dir Von dir Hm Oh alter Wahrscheinlich konnte ich nichts machen Da konnte ich nichts machen Hab ich ihn auf jeden Fall gesehen Hab gedacht Warum bist du da noch da? Der ist ja schon längst tot Alter ey Und so jemand ist Besser als ich Ich glaub ich wäre mal anders auf ihn diesmal Ich glaub das ist die Mitte Halle Ah ok Danke dass du mir das sagst Ja auch kein Problem Wahrscheinlich würdet ihr beide wegsnicken Ja wahrscheinlich Oh fuck ich hab grad Oh Mann Muss man auch mal über Beide über A oder was man Man ist das gar nicht Das ist das B Aufnahme fail Warum Oh Ich war auf dem anderen Platz nicht gemutet Wo alter Hast du gestern mit dem einfach geredet Ne da ist ja mein Mikrofon nicht aktiviert Aber jetzt kamen da zwei und meinten zu labern Fand ich jetzt so gut Tut das passieren Tut das passieren Inkompetenzbestial Auch PZ macht das mal Kann passieren Ey du bist echt die Inkompetenzbestial Alter Bist du schon am weiterspielen? Mann Oh ey Oh ey Wie ich kotze ey Aber warum muss ich mit dem technikflux So spielen Ey da hab ich schon mal zrammler Ey fuck you Ich bin das der einzige der dir mit Liebe ist echt Das ich das mal höre Torsi können wir weitermachen Naja Naja Ja wow die 100 Punkte hat sich jetzt echt gebracht Wenn die 200 abgezogen werden Nein 50 Scheiße ich hätte sich plus gemacht Nein 100 Und damit nein Du hast jetzt 200 und gerade 100 50 habe ich verloren weil ich nicht getötet habe Und da habe ich bloß gemacht Weil 100 100 pro pro Team gewonnen hast Ja ne ne 50 50 50 50 echt Ja Ich sollte auf 100 getrimmt Andere Seite Ne Was heißt eine andere Seite Die Seite von der anderen Ecke Hä Die hab ich jetzt aber nicht verstanden Clear Machst du das? Ja Okay Oh ist doch Scherz Oh ey Ist doch Scherz Oh mein Willenser Ja was soll das denn Ey Storm ist auch so ne assoziale Ja natürlich hab ich euch da gesehen Oh ey wie ich alle hasse euch Alle hasse euch Ja klar die Kleine Fick 10 nockels Mhm Wow Wow Oh ey Fuck you bitch Ja war der Granaten Pro wieder da Juuu Machen wir den Liven you Fick schnitzel ey Fick schnitzel ey Ich sag nur Recall Was? Ja Ja Weil ich sag nur Recall er sagt an Sehr gut Ein Recall an ey Wenn ihr zum Recall Wenn ich oder was? Einer laufe Puppenhaus rein Och scheiße Ja Oh Tobi sorry Sauber Sauber Mich 10 die alle Gut gemacht Aber dann würde ich noch ne Ausstieg Was willst du da machen alter Was willst du da machen alter Schießen? Nee Er ist natürlich schlecht Schießen wird völlig übergewertet Nee ich bin Lenny und komm schon halb schießen um ne Ecke Oh das ist ne Ernst ey Ist das ne Ernst Oh ey warum kommt jetzt ne HIND Boa hast du ne HIND her? Kissfake Uuuu What? Ich hab doch Ice Kite drauf Haha Drohne Ja nee wot mal Sicher hast du Ice Kite drauf was? Dann kannst du nix machen Ich hab Ice Kite drauf Was hast du für ein Headshot, ey? Echt mal. Dein Schuss hat dir ein Headshot gegeben. Nein! Ich wollte gerade Granate werfen, da wird ja beide tot gewesen. Da muss ich erst die Jawohl-Klasse holen. Mit der RPG. Jawohl. 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 Wo, 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 wo. Das war schlecht, Lenny. Oh, warte, warte. Warte, warte, warte. Da. Da sitzt der da immer noch. Ja. Wie hat der wir langsam mal weg? Ja, du weißt ja runter. Voll klug da weg gehen zu gehen. Ja. Erstmal zu gucken, wie wenn's steppt. Na klar. Du musst das. Du musst das. Das ist aber fürs Team gewesen. Jawohl. Also das ist in Ordnung. Jawohl. Jetzt rapen wir das hier. Ja, rapen. Das Team verteidigen. So. Jawohl. Alter, willst du jetzt mich verarschen mit dem schwulen Raketenwerfer? Jawohl, klasse, sag ich doch. Find ich echt rollen, ey. Wo ist der denn hin? Keine Ahnung. War auch immer weg. Hä? Hä? Keine Ahnung, Lenny. Okay, ja, wir müssen wieder wechseln. Nein, da ist keine Wand. Ist die Lüge. Erstmal zur anderen Jawohlklasse gehen. Zur anderen Jawohlklasse? Hast du mehrere? Ja, ich hab einmal mit der Saw. Nein, ich hab nur die RPD. RPG. Plus RPD. Die RP-Klasse. Oh mein, guck mal aus, guck mal aus. Ja, sehr gut. Sehr gut, dass geplantet wurde. Komm jetzt. Ey, wieso? Alter, ich jetzt gerade keinen Tod kriege, ey. Wieso? Jetzt hast du die Schicksal und springt um die Ecke kommen. Na klar, block ich mal, Alter. Wie ich hier gerade überhaupt keinen Tod kriege? Ist das zu ätzend, ey. Warte, Ramla, der hab ich mit einem Schuss gemacht. Ja. Also voll. Komm mal, Lenny, weißt du? Lenny hat gerade wieder vier, fünf Schüsse gestuckt. Meine Mom, what the fuck? Ramla läuft wieder, Ramla läuft wieder äh, Puppenausrichtung. Oh, find's noch nicht. Ich bin wirft, ich bin in einem toten Kommandos. Alter fuck, Ramla war's. Ja, ich hab ihn nicht mal gesehen, Junge. Was willst du denn, Alter? Wo war er denn? Äh, Puppenhaus, unten drunter. The Toto will? Ja, ich geh noch. The people who are still, was? Still alive. Hey, hey. All alive, oh yeah. We're on the other side. We're on the other side. Von der Halle. Was für eine Halle denn? Du warst gerade in der Halle. Und da war er auf der anderen Seite. Die andere Seite von der Halle? Ihr seid quasi nebeneinander gelaufen. Ernsthaft? Ja. Aber gut. Michael hat keine Todkriege, was? Zack, zack, zack. Hitmark, hält dabei, hitmarker. Und dann... Ach so, die Halle. Ich dachte gerade, Puppenhaushalle. Nee, nee, die Halle. What the fuck, ey. Und da seid ihr wirklich nebeneinander gelaufen. Ja, so mustert. Wie, ich gerade kein... Ich krieg gerade keinen einzigen Typen tot, ey. Was ist denn hier los, ey? Es ist wirklich schlechtes Web dieser Erde, ey. Noch schlechter als die Whale. Die Whale wird schlechter. Nur weil du schlecht bist, ist die Whale. Alter, Alter, wie viel... Alter, wie schluckt ihr denn heute, ey? Äh, die Bombe liegt bei... Tod. Wie schluckt du denn? Alter, komm da. Sehr viel. Zack, 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 zack. Da haben wir jetzt zweimal auf mich tot. Wie schluckt mich. So mustert. Ich höre immer nur, het mal... Het mal... het, 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 het. LOL Scheißer kam die MPD! Ja, ich muss mal ein bisschen was auspacken, ey, ey, nah das Essenz peu... okay, alles klar, jawoll, klasse wieder. LOL, mach'ste nix sowas. Mach'ster nix gegen. Wenn solche zwei Schüsse kommen bis Tode! Jetzt reißt Jess mir, ey. Ja One Akas,'' kann's auf diesen Match vergessen, ey. Die kann's echt knicken. dann machst du mal was anderes jawoll jawoll am Mülleimer am Mülleimer andere Seite das ist nicht der Mülleimer das ist ein Container echt? scheiße ich wollte erst in dein Gehirn gucken das ist auch ein Mülleimer ja das will er dir verraten erstmal in jede Ecke aim muss ich jetzt wieder mit meiner Mega Taktik spielen mit der ich gucke in jedes einzelne Backsteinhäuschen rein und in jede Ecke in ungefähr 2 Millisekunden Kopfschmerzen für jeden Zuschauer ich habe mir was vergessen glaube ich da 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 kommt grad Puppenhaus unten durch damit das nicht spielen ist echt wahrscheinlich ich mache das ja ja was denn du kannst du nicht einfach verraten wo ich bin man ja aber du bist ja ist bei b was soll er sagen und bei puppenhaus und er hat die bombe geplantet während du und eine ecke und das gibt dir das recht mich zu verraten okay alles klar die facken sich nur gegenseitig abfalltossi da gar nicht wahr das ist ganz gut gemacht das nicht der hätte ja wohl klasse gebraucht den durchschlag ich dachte du rennst wenigstens hin und machst ihn da weg und dann setzt du dich danach nachdem ich sagte wo ist das mikrofon mitten beim ding abkackt die stelle dabei war es doch mal weg du nimmst die vor dem zenten dann krieg ich nicht und von ihr solltet ihr krieg auf nichts hätten ob er es am bock die auf dem drone runterzuholen wer bei a spot nein nicht dein ernst jawoll klasse die ist erlaubt also jawoll jawoll er war mal gespannt was er jetzt raus hat ja die g18 einzelne eine einhand mit die erste eine ist gar nicht erlaubt ja ich weiß die hab ich auch nicht und die g18 einhand geht auch nicht mit messer doch klar doch klar geht das ne das ist ja maschinengewehr hab ich ausprobiert geht nicht die erste ist zweifacher ich meine maschinenpistolen gegenwohnmesser ich meine nicht glaube schon bei raketenwerfer ist ja auch zweitwaffe kannst ja auch nicht mit raketenwerfer akimbo ja gut aber maschinenpistolen gegenwohnmesser ja vor allem dass du nicht gestorben bist ja ich war doch schon weg ich war aber schon als ich war später mülleimer durch und durch die Lerner kann man meines Ermesens nach durchschießen Lenni hinten Lenni gegen die APT macht er einen Sitz erstmal schießend um die Ecke kommen ja Hacker Hacker ja logisch Junge so macht man das halt gerade wenn man geil ist von dem es heißt also nein Lenni warum lernen wir es nicht warum gehst du da lang hab's vergessen noch Lauf jetzt nein Tomi du musst auf was ist denn ich war im Auto und dann wurde die Predator gezündet da hätte ich keine Städte gehabt ja ist da einfach ins Haus gerannt aber pscht ich hab schon mal Tyrio wobei die sind schon eine A lang also A spot A spot das ist unser Spawn du Spacko ist mir egal Alter ich hab auch echt Lack ey was denn ich hab ne Drohne alles klar eine Aufregungsdrohne er konnte Drohne jawoll ich hab ich ne Puppenhaus oben Puppenhaus oben ok weiß ich nicht aber jetzt kann ich wieder auf FPD wechseln ja das ist ne Lüge so jetzt kann ich wieder jawoll rausholen jawoll jawoll nein 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 neiiiiin neiiiiiin was wird doch denn jetzt Premium Ich pack die AWOL-Klasse weg, die bringt mir kein Glück heute. Das war ich premium ever, erst Team killen, Thorsten killen und mich dann auch selber killen, mit einem Schuss. Das war wirklich nicht so schlecht. Das muss er es mal schaffen, Triple kill mit einem Schuss. Scheiße! Der war A lang Tobias. Jetzt wird es aber förmlich hier. Erstmal USB-Stick vom Schreibtisch schmeißen, beim Aufenturschauen. Okay. Der ist noch dabei nur sein Tisch kaputt. Ja, du bist halt nicht so kräftig. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Eines war echt geblopst. Ja. Es war richtig geblopst. Ach so. Zähl dich nicht, die Runde gehört uns. Ja. Vor allem, weil Lenny und ich ja mal gleich einen Stats haben. Aber er mehr Punkte hat. Nein, Lenny hat einen Assistener. Nein! Fuck! Für Willi, ich lerne dazu. Ey schonmal besser als Tosny. Fuck! Was hast du da für eine Waffe gehabt worden? Nee, mit dieser Waffe. Container oben drauf. Wenden. Okay, doch, okay. Nein! Nein! Ach, Scheiße! Da hab ich nicht gerechnet, dass du da kommst, dass er da ist, ey. Ja, ich will dich jetzt noch um mich. Ich hab jetzt hier dran. Oh ja, genau. Wo ist es jetzt? Ich hab' ich da schon vorher reinlaufen sehen. Nach links dann. Ja, ja, klar. Er hat sowieso keine Aufnahme, also. Ja, ja, klar. Hecker. Alles reingefotoshopt. In Photoshop vor allem ins Video. Ja, natürlich. Jede Frame 1. Ja, genau. Jeden Frame 1. Ist es. Adobe macht's möglich. Oh, Container oben drauf. Container. Ja, da kann ich nichts machen. Tot. Container oben drauf war. Er plantet B. Ich war da drauf. Ich war da drauf. Du warst unten auf, du warst unten auf den Backsteinen drauf. Die letzte Runde. Ich war da drauf. Die letzte Runde. Ich war da drauf. Bei mir war ich drauf. Ich weiß nicht. Ich bin weggelaufen. Ich vor den Schüssen abgehauen. Ja, eigentlich, eigentlich warst du drauf, ja. Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich ist ne dunkel... Was? Eigentlich ist dunkel weiß. Hä? Nice one. Ey, Willi. Sei froh, dass du die Konterdrohne hattest. Da vorne dran hat er gecamptet. Gecamptet, ey. Er war irgendwo A langmeilig. Heck. Container vorne dran, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Seriously? Das war irgendwas bei A. Ich hab's bei A klicken hören. A oben oder so. Ich bin die Konterdrohne. Ich hau wieder ab. Das war schön. Sobi, du lebst aber noch, oder? Ja, ich lebe noch. Wie, die lebe nur noch, ne? Der Allangenten, 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 Allangenten im roten Bachchenhaus läuft Richtung das andere halt. Richtung Puppenhaus ist der gelaufen. Pscht! Meister am Werk, pscht, pscht! Hehe. Sobi, das darfst du nicht verlieren. Ja, ist gut. Okay. Wo? Wo? Von wo? Von wo? Tobi, Alter, das interessiert mich jetzt. Von wo? Von da. Hä? Von lol. Martin, Martin nicht gesehen bei mir. Nee, den hab ich wirklich nicht gesehen. Auch noch Spaß, Alter. Na gut, vielen Dank für's Zuschauen. Das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.